Wenn wir einem fremden Menschen begegnen, so ziehen wir aus dessen äußerlicher Erscheinung schnell Rückschlüsse über den Charakter und die Lebensumstände der betroffenen Person. So dürfte vielen von uns ein Mann im teuren Anzug deutlich vertrauenswürdiger erscheinen als eine vollkommen verwahrloste Person, die sehr ungepflegt wirkt. Also sollten wir trotz dessen niemals vergessen, dass es sich bei unserem Gegenüber immer um einen Menschen mit Gefühlen handelt, die schnell verletzt werden können. Bloß, weil eine Person ein schickes Outfit trägt, bedeutet dies nicht, dass sie auch ein Herz aus Gold besitzt. Gleichzeitig können Menschen, die optisch nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, nicht selten die warmherzigsten Leute sein, denen ihr in eurem gesamten Leben begegnen werdet. Bevor ihr also einen Menschen unbedacht aufgrund seiner äußeren Erscheinung verurteilt, haltet einen Moment inne und denkt stets daran, dass es immer gewisse Begleitumstände gab, die dazu führen, wie sich eine Person präsentiert. Im Folgenden möchten wir euch eine Geschichte vorstellen, in welcher eine ältere Dame aufgrund ihres Aussehens in einem gehobenen Restaurant diskriminiert wurde. Als sich jedoch herausstellte, bei wem es sich im Falle der betagten Frau in Wirklichkeit handelte, traute sich niemand mehr zu lachen. Der jugendliche Manuel stand schon früh auf eigenen Beinen. Tatsächlich sah es das Schicksal vor, dass der Teenager quasi über Nacht zu einem erwachsenen Mann heranreifen musste. Zusammen mit seiner Mutter und seiner kleinen Schwester lebte Manuel in einer bescheidenen Wohnung. Der Vater hatte die Familie bereits vor langer Zeit verlassen, sodass sich Manuels Mutter lange Zeit allein um die Versorgung ihrer geliebten Kinder kümmerte. Es kam jedoch der Tag, an dem die großherzige Frau sehr schwer krank wurde. Fortan war sie bettlägerig und nicht mehr dazu in der Lage, zur Arbeit zu gehen. Der zu diesem Zeitpunkt 17-jährige Manuel fackelte nicht lange und versprach seiner Mutter, so schnell es geht, einen Job zu finden und für die kleine Familie zu sorgen. Aufgrund seiner offenen und engagierten Art gelangt es Manuel bald, eine Stelle als Hilfskenner in einem gehobenen Restaurant zu ergattern. So tauschte der Jugendliche jeden Nachmittag seine Schulsachen gegen die Küchenschürze ein und machte sich auf den Weg zur Arbeit. Obwohl der geringe Lohn, den Manuel im Zuge seiner Tätigkeit verdiente, nur knapp zum Überleben reichte, war er sehr stolz darauf, seine Familie finanziell unterstützen zu können. Als Manuel eines Tages, wie so oft, seinen Dienst im Restaurant verrichtete, öffnete sich die Tür des Etablismens. Herein kam jedoch nicht eine Handvoll Gäste in piekfeinen Anzügen und edlen Abendkleidern, wie es sonst der Fall war, sondern eine ältere Dame, die einen bemitleidenswerten Eindruck machte. Während ihr die dünnen grauen Haare vollkommen zersaust vom Kopf standen, suchte ihre zittrige Hand auf einem alten Gehstock Halt. Der Zustand ihrer zerschlissenen Kleidung machte schließlich die vermeintliche Tatsache offensichtlich, dass die besten Tage der alten Dame bereits lange zurücklagen. Da draußen strenger Winter herrschte und es dementsprechend klirrend kalt war, konnte man schnell sehen, wie sehr es die Dame am ganzen Leib fröstelte. Unsicheren Schrittes steuerte sie auf den nächsten freien Stuhl in ihrer Nähe zu, auf den sie sich sogleich seufzend niederließ. Mit großen Augen blickte die Frau auf die vornehmen Restaurantgäste, die sie umgaben, während sie den aufgetischten Speisen sehnsüchtige Blicke zuwarf. Die übrigen Gäste beäugten die gerade eingetretene Frau allerdings mit Abscheu. So begangen nicht wenige, ihre Hälse in Richtung der heruntergekommenen Gestalt zu drehen und verächtlich zu kichern. Nachdem der ungewöhnliche Gast neu im Atem geschöpft hatte, erhob sich dieser langsam und unbedenklich vom Stuhl und näherte sich dem Tisch einiger Gäste. Mit heiserer Stimme begann die ältere Dame zu sprechen. Bitte verzeihen Sie die Störung. Ich befinde mich in einer Notlage. Können Sie mir bitte helfen? Als der Restaurantmanager bemerkte, dass die Frau seine illustren Gäste ansprach, eilte er sofort herbei. Er packte die gebrechliche Dame unsanft an den Schultern und zerrte sie sogleich zur Eingangstür, wo er sie unbarmherzig nach draußen schubste. Wage es nicht, noch einmal in die Nähe des Restaurants zu kommen, raunte er sie an. Die heruntergekommene Gestalt war nun vollkommen mit ihren Kräften am Ende. Völlig ausgemerzt, er sang sie auf die Knie und beobachtete das Treiben im Inneren des Lokals durch eine der Fensterscheiben. In direkter Nähe des Restaurants befand sich eine kleine Seitengasse, wo sich auch die Mülltonnen befanden, in denen die Mitarbeiter des Speiselokals die Küchenabfälle entsorgten. Voll tiefer Scham näherte sich die Dame den Mülleimern, wo sie sofort nach etwas Essbarem zu suchen begann. Währenddessen begann der Restaurantmanager zu seinen Gästen zu sprechen. Er entschuldigte sich vom Herzen für diesen unangenehm Vorfall und versprach, jeder seiner Kunden einen kostenlosen Nachtisch als Entschuldigung zu spendieren. Manuel betrachtete seine Mitarbeiter und die Restaurantgäste, die immer noch abfällig über die Erscheinung der betagten Frau sprachen, voller Abscheu. Er hatte Mitleid mit der Frau und entschloss sich sogleich, die verstoßene Dame in der Nähe des Restaurants zu suchen. Es dauerte nicht lange, ehe er sie über den Mülltonnen kauernd entdeckte. Plötzlich musste er an seine Mutter denken, die ihm diesen Augenblick hilflos in ihrem Bett lag und genauso wenig für sich selbst sorgen konnte, wie die alte Frau. Während Manuel also dastand, ertastete die Hand in seiner Hosentasche einen Geldschein. Es war der einzige Schein, den der Jugendliche an diesem Tag verdienen würde. Langsam näherte er sich der Frau bei den Mülltonnen, half ihr, sich aufzurichten, öffnete ihre gebrechliche Hand und platzierte darin den Geldschein aus seiner Tasche. Als die Frau in das freundlich gesonnene, verständnisvolle Gesicht des Jugendlichen blickte, füllten sich ihre Augen mit Freudentränen. Sie bedankte sich überschwänglich bei Manuel und beteuerte, dass dies das Netteste sei, was jemals ein Mensch für sie getan hatte. Das Schicksal wird sich deine gute Tat merken, sprach die Dame mit tränerstickter Stimme. Eines Tages wird dir das Leben das geben, was dir zusteht. Mit hapsigen Schritten und einem Ausdruck aufrichtiger Freude schritt die Frau von dannen. Nachdem Manuel seine Schicht im Restaurant beendet hatte, ging er nach Hause. In der Nacht dachte er noch lange über die Geschehnisse des vergangenen Abends nach. Dabei wurde ihm bewusst, dass er sich viel glücklicher schätzen konnte, als er dies in der Vergangenheit getan hatte. Obwohl er ein Leben voller Entbehrung führte und in seinen jungen Jahren bereits viel Verantwortung trug, so mangelte es ihm und seiner Familie dennoch an nichts. Sie hatten ein Dach über dem Kopf und genug Geld, um sich regelmäßig Essen kaufen zu können. Er fragte sich, was nun aus der armen alten Frau werden würde und ob diese den Winter in ihrer bedauernswerten Lage überstehen konnte. In den nächsten Tagen nahm alles seinen gewohnten Gang. Vormittags besuchte Manuel die Schule. Anschließend widmete er sich daheim seinen Hausaufgaben und kochte etwas für seine kranke Mutter und seine Schwester. Später am Abend ging der Teenager dann zu seinem Dienst im Restaurant. Nachdem die ersten Tage auf der Arbeit wie immer verlaufen waren, schritt eines Abends eine elegant gekleidete alte Dame durch die Eingangstür des Lokals. Ihre mit Juwelen besetzte Halskette und ihr sündhaft teures Abendkleid ließen sofort erkennen, dass die betagte Frau zur obersten Schicht der Gesellschaft gehören musste. Nachdem die Frau sogleich zu einem der begehrtesten Tische des Restaurants geführt worden war, ließ es sich der Restaurantmanager nicht nehmen, seine erlesene Kundin zusammen mit Manuel persönlich zu begrüßen. Überschwänglich beteuerte der Manager, welche Ehre es für ihn sei, eine solch prunkvolle Dame empfangen zu dürfen. Er reichte ihr die Karte und empfahl ihr sogleich die erlauchtesten Gerichte des Tages. Allerdings zeigte sich die reiche Dame von den Schmeicheleien des Managers gänzlich unbeeindruckt. Sie unterbrach ihr Gegenüber und sagte, Hören Sie zu, ich möchte nicht von einer solch oberflächlichen Person wie Ihnen bedient werden. Vollkommen verstört fragte der Manager, was sie mit dieser Aussage meinte. Die Frau blickte dem heuchlerischen Mann in die Augen und antwortete, Ich war vor einigen Tagen schon einmal hier. Damals befand ich mich aber in einem bemitleidenswerten Zustand, da ich wenige Minuten zuvor brutal überfallen worden bin. Meines Geldes, meines Schmuckes und all meine anderen Habseligkeiten beraubt, versuchte ich, in einem meiner Restaurants Hilfe zu finden. Sie sahen jedoch nur eine heruntergekommene Erscheinung und meine dreckige Kleidung, die während des Überfalls in Mitleidenschaft gezogen worden war. Der Restaurantmanager verlor jegliche Farbe aus seinem Gesicht. Perplex fragte er, Was meinen Sie damit, dass Sie in einem Ihrer Restaurants Hilfe suchten? Wer sind Sie? Mit einem süffisanten Lächeln auf den Lippen antwortete die stilvoll gekleidete Frau, Ich bin die Besitzerin der Restaurantkette. Sie werden verstehen, dass sich so eine Person wie Sie, die eine hilflose alte Frau verstoßen hat, nicht weiter beschäftigen kann. Als sie sich jedoch Manuel zuwandte, der die Zurechtweisung seines Vorgesetzten mit großer innerer Genugtuung beobachtet hatte, verwandelte sich die harte Miene der Dame in einen Ausdruck ehrlicher Freude. Ich habe dir versprochen, dass dir das Leben das schenken wird, was du verdienst. Wie heißt du, mein Junge? Mein Name ist Manuel, antwortete der Jugendliche. Herzlichen Glückwunsch, Manuel, sprach die Restaurantbesitzerin vergnügt. Du bist soeben zum Restaurantmanager aufgestiegen. Manuel konnte seine tiefe Dankbarkeit nicht in Worte fassen. Stattdessen schloss er seine neue Chefin fest in seine Arme und sagte, dass er das Angebot selbstverständlich annehmen möchte. Dank seiner neuen Position verdient Manuel nun das Vielfache seines ursprünglichen Lohns. Mit Hilfe des Geldes konnte er schnell eine größere Wohnung für sich und seine Familie anmieten. Darüber hinaus war er nun in der Lage, seiner Mutter die bestmögliche Behandlung zu finanzieren, wodurch diese tatsächlich wieder zu Kräften kam und sich vollständig von ihrer schweren Krankheit erholte. Wie hat dir diese Geschichte gefallen? Schreibe uns deine Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt.